Hallöchen Freunde und Willkommen zurück zu Space Engineers. So, ich habe ein paar Informationen erhalten zu unserem Auftrag. Und zwar ist es ein Materialtransport vom Elmplaneten aus. Deshalb habe ich hier jetzt schon einmal alles, was quasi in unserem Schiffchen ist. Einmal hier eingelagert. Heißt natürlich, es darf unterwegs nicht allzu viel passieren, damit wir da nichts nachbauen müssen. So, es ist jetzt einige Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme und ich denke, wir könnten hier nahezu voll, oder? Vollständig verbraucht, aufgeladen in zwei Sekunden, dann schauen wir mal ganz oben. Und das hier war, glaube ich, die letzte, die ich gebaut habe. Die ist auch komplett geladen. Sehr schön. So, jetzt könnten wir natürlich hier noch mehr Energiespeicher bauen. Oder wir gehen mal ganz kurz zu unserem Schiff und laden dort einmal die Batterien auf. Beziehungsweise erstmal gucken, ob die Batterien denn überhaupt noch Energie brauchen. So, Bedienfeld und zwar Azimut-Batterien. Fand ich aufgeladen. Fand ich aufgeladen. Die ist... Dann gucken wir mal hier rein. Die sind auch... Sieht alles sehr gut aus. Ausgezeichnet. So, warte mal, da muss ich mal ganz kurz gucken nach meinem Eis. Eis. Äh... Eis. So, 3,6 Millionen Einheiten Eis haben wir. Sollte in der Theorie auch reichen. Okay. Das heißt, wir werden jetzt hier noch ein klein wenig herumdödeln. werden eventuell... Mhm. Oh, neue Sounds. Cool. Ja, das Update ist hier rausgekommen. Mit Hit-Indicator. Okay. 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 Bleib stehen. Oh, jetzt lädt er auch nach. Sag mal, welche Treffer brauchen die denn jetzt? Bisher. War interessant. also wir brauchen auf jeden fall wie vielleicht eine andere waffe ja das update kam raus dass war frame heißt es glaube ich das update oder war field irgendwie sowas da sollten wir uns jetzt auf jeden fall mal eine andere waffe bauen weil das hier ist jetzt eine feuerstoßwaffe rein rein die mr 30i und da gucken wir mal produktionsmäßig hat bei uns denn da besseres bauen können pistole ist das da raketenwerfer gibt es jetzt gibt es noch zwei das gewehr das ist ja seltsam okay dann warte welche pistole bauen wir uns dann die hier bauen uns einmal dieses gewehr also da brauche ich die materialien kostet das eisen und nickel das ist ja seltsam halt worden der ist hingezogen wahrscheinlich in den anderen assemble ne small cow okay warte mal ist das dann hier ein scharfschützengewehr also kurz da rein ich weiß gerade nicht momentchen also wir brauchen in einem container das war ein container dann machen wir einfach 500 mal eisen rein und dann machen wir das 600 mal 500 mal nickel rein so sollte er sich das eigentlich ziehen das material oder sind die aus die sind beide an oh man so halt so und so okay das einzel schuss zielfänder oder wenn noch was schönes wo was das denn hallöchen aber die tun mir ja in der regel nichts sondern nehme ich noch mal drei magazine mit machen wir das noch mal ach weil ich auch ein idiot bin ich darf da nicht auf zerlegen gehen meine güte so so dass da und das hier augen auf beim eierkauf sagt man ja auch ich glaube ich bleib dann bei der hier so so das ist ein dreischussmagazin äh dreischusswaffe aber ist okay hä habe ich jetzt wieder nur zwei magazine echt haut der die so weg hui oh da hinten hat es geblitzt da hast du gesehen ich glaube da zieht ein gewitter auf ähm ja dann machen wir hier noch ein bisschen was und zwar was tun wir denn ich würde gerne ein klein wenig dann auch in den ist der berg groß nicht dass das nur so ein kleiner berg ist da würde ich vielleicht eventuell unter umständen ein stück hinein bohren och gucke also da wenn wir durch sind äh da war einiges am material und zack das klingt schon bedrohlich ja äh stahlplatten na dann laden wir gleich das ding wieder auf nicht dass wir hier wieder mal problemchen haben hä achso hä irgendwie ich weiß nicht mein kopf ist heute noch nicht so ganz bei der sache der muss glaube ich noch wach werden so gegen schlechtes wetter hilft ein gutes dach ich bin gerade am überlegen wie man am besten eine bohrmaschine baut die dann auch halbwegs gerade bleibt ohne dass man die jedes mal abbauen muss weißt wie ich meine versuche ich mir gerade irgendwie im kopf zusammenzubasteln aber das will gerade noch nicht so zuerst dachte ich ein fahrzeug was dann mitfährt wo man den bohrer drauf ablegt aber das funktioniert ja nicht hallo 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 jetzt äh das funktioniert ja nicht weil das kann ja nirgends durchfahren wo der bohrer nicht ist außer man fährt es ja eventuell aus oh Gott ne ich glaube das äh das lassen wir mal das kommt heute zu keinem guten ergebnis ach warte mal wir können dann gleich mal gucken also wenn wir hier ein bisschen geschweißt haben gucken wir mal was es denn sonst so an erneuerung neun blöcken oder sonstigen sachen gibt die war mit dem neuen ds bekommmen haben vielleicht weiß ich weiß nicht neue raketenpots oder so was habe man nicht allzu viel gesehen also die waffen hatte ich gesehen in äh im livestream wo sie das mit gestestet haben mit dem raketenwerfer und so aber ansonsten habe ich nicht gesehen ob es irgendwie großartige neuerungen gibt eventuell unter umständen auch eine neue lackierung und so das war jetzt glaube ich das neunte dlc was sie rausgebracht haben das heißt im zehnten dlc mal gucken ob sie sich da irgendwas spezialismus einfallen lassen oder eben auch nicht ich werde mich dann auch in der nächsten zeit dann aufmachen richtung planet damit da quasi auch nicht allzu viel zeit verloren geht bin gespannt wie weit wir mit unseren jump drives dann kommen wenn sie denn dann komplett geladen bin ich glaube knapp 1000 kilometer waren das das heißt wir müssten theoretisch zweimal springen denke ich weiß nicht wie weit er im planet weg ist aber ich glaube der war so 2000 kilometer wenn ich mich nicht täusche was sind unser habitat eigentlich ach da das ist 26 weg wo es regnet schon dauert es bestimmt nicht mehr lange bis hier das gewitter ankommt mal voll machen irgendwie habe ich das gefühl dass beim rumfliegen ab und zu mal so ein bild fehlt weißt du auch hier beim schweißen total komisch habe ich mich nicht in der optik oder so wir sind hier eigentlich recht framestabil gerade geht man auf 62 hoch und wieder wieder auf 60 runter aber das war es auch naja manchmal ist komisch wo gestern war auch so ein richtig komischer tag ich weiß auch nicht wenn ich es jetzt beschreiben müsste kann ich es gar nicht machen erst mal hat der tag ewigkeiten gedauert und dann hat es sich so unmöglich angeführt kennst du das wenn einfach ein tag so absolut unwirklich ist als ob träumen würdest oder so sehr seltsam das ganze so einmal nach tanken was sagt die flasche die sagt gut ist das sieht ja interessant aus hier hat ja darum gebohrt sieht fast so aus so da hinten blitze schon wieder sollte ich eventuell unter umständen hier noch ein blitz ableiter eben herbauen damit der blitz da einschlägt und nicht hier in meinen raumschiff so weit hier macht die oberen dreien weil ich dann fest also auch die fertig damit wenn der blitz einschlägt nicht jeder turm ein kracht dann haben wir so ein köder oben drauf so und zwar blub köder 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 der war irgendwo hier unten jetzt wieder suchen ich hasse das ja dieses gesuche klar gibt es oben hier so so ein schreibfeld da ist es doch täuscht körper klar gibt es da ein schreibfeld aber ist nicht so meins jedes mal das zeug suchen ich muss mir das irgendwann auch mal merken können sondern der mist so ja sehe ich schon fast nichts mehr hier wieder so neblig so köder installiert also sind wir sicher zumindest für einen moment gut ich bin gerade überlegen wie ich das mit der ganzen basis hier mache also hier drüben haben wir einmal schon mal unseren energieturm der irgendwie ganz komisch hier aussieht also weil da noch ein block fehlt der soll auch so ein bisschen außerhalb stehen bleiben dann können wir hier schon mal irgendwie anfangen eine grundfläche zu bauen für das nächste gebäude vielleicht also auch wenn es nur ein eingangskomplex ist der dann da rein geht kann man ja auch machen ich setze jetzt auf jeden fall schon mal das ganze gerödel designer technisch spielen was machen ob was dann rund machen ob es dann eckig machen im quadrat im hexagon im pentagon ist ja erstmal sekundär interessiert das ja jetzt hier ach so warte mal wir wollten ja gucken schielt controller normal fortschritt irgendwas was neu aussieht ist dass der schied controller table und schied controller ist das neu kann ich nicht sagen wenn wir hier schipp schielt im mittag station schielt im mittag das hier schielt er pressurizer schied modulator schiedt enhancer weil sie natürlich nicht ob das über ein mod kommt ne magnetic coil kennen die ist glaube ich von der mod ok wie 50 mm burst können jawohl 120 122 mm was haben wir hier so mk1 batterien was das teleon opta batterie heavy missile turret vehicle missile turret ist das hier large observation unit 14,5 mm cbs okay warum nicht die hier sind auf jeden fall neu die durchgänge okay die haben so ein faden kreuz als symbol okay ach warte mal da kann man ja gucken kriegskünste okay kriegskünste ist das neue aus ist hier von kriegskunst die hier bestimmt nicht das hier durchgang 3 mit beleuchtung das war es auf die future dekorative blöcke dark star also warte mal genau hier sieht man das waffenregal schutzwand schutzwand ecke halb fenster halb fenster invertiert halb fenster ecke schieß schaden durchgänge durchgang 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 ok das ist das neue was es geht ok es gibt keine neue lackierung schade 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 ja gut freunde bei diesem sau wetter mache ich jetzt auch mal sense ich werde jetzt hier noch ein bisschen herumschweißen und zumindest das hier noch fertig machen und dann würde ich sagen sehen wir uns dann in der nächsten folge wieder wo wir noch ein bisschen hier herumalbern und in der darauffolgenden folge werde ich mich denke ich mal so ganz langsam in richtung äh hier im planeten aufmachen gut ist auch vielen lieben dank für das einschalten für zwei seien und bis zum nächsten mal macht es gut und schliessikowski hier ist was los das ist 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 das